so war die falsche ip jetzt hier am start cloud in der bottle ein bisschen nackarsch in welche richtung ist gegangen hier irgendwie in die eis eben ich bin ein eis eben hat der mega kranke shit gefunden 0 2 gold coins naja bis an einem baum vorbei herrne alter das ist so was die sand stammende wortel was hast du uh... blizzard in der bottle das ist von der eis gar nicht allein gott schild braun eiligart mal freaking grappling hook and the one for you und das ist das alles dabei ja aber das ist das das schon wieder nächste trug gewesen das ist einfach so krass alter jetzt bin ich mega fast ach 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 ich hab gar nichts hab ich ach ja genau ich hab immer noch nicht zu Ende erzählt wie das mit den maps war ja ich wusste nicht wo die gespeichert werden und dann haben wir neuer gemacht ja dann ach 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 nicht ach Dämonic Ice Boomerang, oh, guck mal, Platinum Bar, lol, oh, hell, oh, hell, du bist, mega, oh, Gott, hab ich gerade ein Glück gehabt, du, Junge, ich hatte gerade so einen Lack ohne Spaß, das war verboten schon, was, das ist so ein, guck mal, hier, was war das denn jetzt, hier kommen irgendwie zwei Pfeile auf einmal, so zwei Soldatpfeile, also die Map gefällt mir, jetzt hab ich auf einmal mit einem Schlag mega viel gefunden, ja, Pferde, das Geile ist, ähm, mit diesem Blur in der Bottle, wenn du den, wenn, wenn du springst damit, dann bist du sofort auf Speed, weißt du, weil der dich so ein bisschen, weil der dich so nach vorne katapultiert, Terraria ist geil, alter, ist richtig geiles Spiel, ey, boah, ey, das Spiel ist so geil, das Update, ne, das, boah, oh, ja, das Update ist ziemlich geil, willst du mal PvP machen gleich, nein, nicht, oh, bitte, zu schnell, zu fast, was hast du gefunden, es regnet, es regnet, ja, ich weiß, jetzt laufen also Fisch herum und so, ich hab ne Knack, ich hab ne krasse Knarre gefunden, heißt die Snowball kennen, geiler Scheiß, ich hab sogar direkt noch einen Spaß holt, sorry Leute, ich bin hier die ganze Zeit am Essen, ich bin immer am Essen, immer. so, jetzt bin ich da, Peter, ach du hast da unten ein Chess gelootet, in dieser Welt sind mega krass viele Chess, ja, das ist mir gut, stopp mich, alter, schon wieder, was hast du denn, ich hab Schlittschuhe, guck mal hier, oh, Daniel, ne Sammel, oh, das ist geil, geiler Scheiß, alter, guck mal, und das Ding hier ist das allergeilste, ich weiß nicht, woher ich das hab, ich hab's auf einmal im Invertar, Mann, wie eine Harpune, ne, ja, guck dir diese Falle an, ey, was ist das denn, was ist das denn, ich hab hier irgendwas bekommen, was ich nicht zuordnen kann, was hast du bekommen, wow, ich hab ne, warte, alter, ich hab ne übel geile Grappling-Hook, welche dann? ich hab ne Ivy-Vip, alter, zieh das rein, komm mal hier runter, warte, alter, oh, wie geil, Mann, du bist ein scheiß Arscher, geiler Scheiß, alter, das ist die Ultra Ivy-Vip, Au! 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 Ich bin scheiß Kack, du! Stirb, du! Kann ich bitte den, den ich da oben haben? Achso, ja, achso, ja, okay, wir haben gleich geleben. Dann kann ich jetzt deine, ähm, Hook wegschmeißen, oder? Ja. Alter, Eis-Ebene, beste, beste überhaupt, ne? Oh, ja. Ah! Junge, meine, meine Hook, alter, die ist extra large. Ja, aber mit den Schlittschuhen rutsch ich nicht. Hä? Mit den Schlittschuhen rutsch ich nicht mehr, sondern krieg nur noch nen Speedboost. Fuck, fuck. Und dann lohnt es sich doch nochmal in die letzte Ecke zu gehen, alter. Jo. Was hast du? Live-Crystal. So. Und du? Ja, Live-Crystal. Geht's da oben weiter? Mhm. Beziehungsweise nicht da, wo ich jetzt grad lang gegangen bin. Ah, der war schlecht gesetzt. Das ist groß. Ja, das Mikro statt mich. Eis-Torches sind doch mega geil. Alter, wie riesig diese Eis-Ebene einfach ist, und die hat mega viel Staff. Staff? Hm. Staff hat die besonders viel, ja. Und hier geht's einfach immer weiter. Das ist das Schwert. Diese komische Klinge. Das ist der Hit. So, erstmal in die Richtung hier weiter. Lass es da weitergehen. Oh ja, hier geht's weiter. Boah, hier war ne Falle. Der bin nicht durch Luck entkommen. Nein, nein, nein. Alter, wie notwendig das mal war. Was? Was ist das? Was? Was denn? Ich hab da irgendwie voll das kranke Viech gesehen. Das fliegt immer übel weit weg, wenn ich das hätte. Wie notwendig es war, dass wir in eine neue Welt genommen haben. Oh, ich hab nochmal Flurry Boots, die kann ich dir geben. Na, das ist schon mal gut. Oh, man, dieser. Ich sag nur Fallen, ey. Aggressionsfaktor. Mal 10, ey. Okay, ich bin am Ende der Höhe hier angekommen. Alter, die Miene, Mama, ey. Mega riesig. Oder geht's hier noch weiter? Ich glaub, hier geht's noch weiter. Oder? Ja. Oder? Oder? Doch, hier geht's weiter. Alter, unglaublich. It's unbelievable! Und dann immer so ein, zwei Blöcke wegbauen und dann wieder in die nächste große Schlucht. Da, 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 da! Ich liebe es! So, ich bin jetzt hier am Ende! Ich bin gerade eben auch ans Ende gekommen. Oder geht's hier weitery? Ich denke die ganze, hier sind immer so kleine Ärmel von den Minen, aber manche gehen dann auch wieder mega krass weiter alter und ich bin wieder in der nächsten. Da ist noch ein bisschen inbalanced muss ich sagen. Zuerst ist uns das Spiel mega zu hart und jetzt sagen wir, das ist ein bisschen ill bei uns. Uns kann man es ja auch nicht recht machen. Ja, ich meine, weil es einmal richtig leicht ist und dann richtig schwer noch gewesen ist. Also, richtig schwer und richtig leicht. Ich habe Angst vor dieser Trap da hinten. Es ist ein Trap. Ich habe so lecks. Oh, das ist das Smooth Gameplay Experience. Das ist das Alter, was ich hier habe. Wieso? Ja, ich bin am Längen wie so ein... Oh, Junge. I'm glitching in and out. Natürlich da jetzt auch nach rechts gehen können, aber ich gehe natürlich erstmal... Oh, dieser Fallen. Überall. 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 Ist aber wirklich so, oder? Bei dir auch. Oder, Bruder? Ja. Die regen voll auf. Ja. Junge, die machen mich voll fettig, ey. Ja, man. So drei, vier Fallen hintereinander und dann bist du voll down. Oder drei, viermalen dieselbe. Ja, ja, natürlich. Wenn man so denkt, so, da will ich jetzt nicht rein. Und dann geht man ja genau nochmal drauf. Dann will man doch ausweichen und dann schafft man das auch nichtfalls. Und dann fühlt man sich so mega gedischt. So, ich mach mich dann mal wieder auf den Rückweg. Alter, schon wieder eine Falle hier. Ja, ein Fallen-Counter, das wäre zu viel Arbeit, man. Das wird nicht mal ein NSA-PC ausrechnen können. Nimm mal diese Spike-Dinger, ne? Kennst du die auch? Ja, ja. Die schießen da so auf dich, ne? Naja. Alter, was war das für ein Geräusch, man? Oh, da oben ist Holz. Oh, da oben ist Holz. Ja, das Holz sieht immer gut aus. Ja, das ist eine Kiste. Ja. Weißt du, unser Let's Play besteht irgendwie nur daraus, dass wir so gegenseitig, wer, wer schneller mit Farmen fertig ist, und dann töten wir zusammen einen Endboss, und dann farmt wieder jeder so für sich. Und wer schneller fertig ist, ist der, hat der meistens so übelsten Vorteil im ganzen Game. Jo. Oh, ich hab noch einen, ich hab noch einen Eisbomoran. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum jemand unsere Videos freiwillig guckt von Terraria. Aber ich schlats einfach auf, weil... Why the fuck not? Aber es passieren ja immer wieder lustige Sachen, muss man sagen. Ja, ich fand's bis eben echt lustig. Aber jetzt, seit wir die neue Welt haben, ist es nicht mehr ganz so lustig. Nein. Aber ich, ich wär jetzt eigentlich auch zu erschöpft, um nochmal so laut zu brüllen. Ich brauch doch alles aus meinem Scheiße Wetter. Jetzt mach ich die Bats auch one. Ne, nicht one, aber mit drei. Hm. Almost insta. Genau. Not. Oh, Dirtblocks. Kann man so... Jetzt stacken die mega hoch. 999. Nice. Jetzt mal ne goldene Küste, Jungs. Das wär was. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Du bist dann sofort in Richtung Hölle gegangen. Na, was heißt sofort? Ja. Du bist zu lang gegangen. Das hat mich hier irgendwie hingetrieben. Wo bist du, Bruder? Ja, ich bin hier auf so nem Lavasee gerade. Ich versuch mal in deine Richtung zu gehen. Ah, hier kann ich, äh, Obsidian fahren. Not. Schmerzer ist ja schlecht. Okay. Au. Falle. Oh, Bruder. Pass auf. Fuckin shit. Hui. Noch einer. Jetzt, jetzt geht's nicht hin. Was ist das denn? Was ist das denn? Wikinger-Hilmer. Nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das ist jetzt echt schade. Oh, das ist jetzt echt schade. Na gut, okay, ich erkund dich. Ich hab' 8 Gold, Mann. Ja. Ich hab' 8 Gold, Mann. Ja. Ich hab' 8 Gold, Mann. Ich hab' 9 Gold, Mann. wert hin. er hat ja weil wir jetzt die welt gewechselt haben haben wir jetzt verschiedenen ärzte das sind nicht so doof mit drei ganz ehrlich kannst du mal einfach dein scheiß aber schon dieser wo ich hasse das wenn so ein npc von der kiste geht dann kannst du die nicht mehr benutzen ich habe gerade eine ganze packung studenten futter anscheinend gefickt gerade auch scheiß ich bin so tot what the fuck I'm still alive im hüi ah nein ich wurde geschmolchen was braucht man für den Ofen dort ist wochen was der torches dann kann ich mir selber machen so Peter 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 ich wollte noch meine Schuhe ja schmatz noch lauter rein boah ey wer hat dir das Essen beigebracht dein Hund ja je Mutter ja ja und übrigens hier die Wut ich bin lieb ja langschön angst warum hab ich einen Strong-Eisen den hab ich dir gegeben den brauch ich doch gar nicht wieso nicht? ich weiß doch mal ne coole Superior irgendwas hat boah wie geil wir können die Uhr gucken und wie viele wie oft kannst du dich ranhängen mit deiner einmal einmal das ist ja schon ein bisschen weh ja ich finde es in Ordnung ich bin ich bin das Item ist einfach soo geil das Item ist einfach soo geil als scheiße jetzt bin ich mega schnell ich höre das shit ja man ist oben in dem Baum eigentlich immer was drin ist oben in dem Baum eigentlich immer was drin? kannst ja mal nachgucken nö weiß ich nicht boah wie ich abgeben an die Fury Boots Boots ja ne oh scheiße die sind viel besser als die whatever Boots oh ich speedy hier voll die Tür gehört Alter oh stimmt in der Richtung in der Richtung war es noch nicht ist irgend so ein Corruption Penis wir haben ja nächstens wieder eine vernünftige Corruption alle ja vor allem äh ich kann äh aber der ist gar nicht so schick der Itahu als muss ich sagen das Brain of Cthulhu oder so hat viel geilere Items wesentlich geiler sehen die aus was droppt der denn? wie beschwert man den eigentlich? keine Ahnung mit Skill mit irgendwelchen Items halt ne so gibt es hier immer noch diese Viecher? welche Viecher? ich geh einfach mal ne ich meine diese äh diese Dinger die man zerstören muss ja gibt's und so dieses mit sagt sowas Alter macht ihr doch nicht jetzt schon kaputt. Ja, ich wollte nur ne Musketa haben. Hehehe. Huiiii. Und dann wollte ich noch nach Golden Chest suchen oder sowas. Das ist ja manchmal hier. Echt? Ja, manchmal. Ich brauche. Alter, wie jetzt diese Eater mega hart wieder sind, ne? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich würde mal sagen, ich habe gerade zwei mehr Chests gelootet. Das ist noch ne dritte. Und noch ne vierte. Was bringt das? Are you fucking kidding? Ja, es gibt doch im Meer so Chests. Ach so. Oh fucking shit. Und die habe ich gerade alle gelootet. Was war da drin? Flossen. Jetzt kann ich im Wasser schwimmen. Und in der zweiten waren auch Flossen. Und in der dritten waren auch Flossen. Und in der vierten waren nochmal diese Grapplings Dinger da. Oh ja. Zum Festhalten. Ich gehe jetzt nochmal zurück in die dritte. Klaus. 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 Hm. Hier sind nochmal Fins drinnen. Oh. 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 So übel. Unangestrengt. Einfach nur. Was war hier drin? Okay. Die habe ich auch gelootet. Oh. Ich habe gerade ganz vergessen, dass der aufnimmt. Junge. Fünf. Kisten. Sachen waren hier unten. Und in vier oder so waren dann. Verdammt nochmal. Dingerns. Weiß Bescheid. Ich mache. Ich habe zehn Defense, bitch. Beat that. Bist du einfach durchgesprintet? Ja. Normal. Die ganzen Kisten hier. Hier im Dschungel übersehen. Ja. Natürlich. Ich trinke jetzt erstmal ne Shine Potion. Und jetzt mache ich mich auf. In den. Auf. In den Dschungel. Au. Ja. Das ist doch fein hier. Iron Balls. Ich habe so viel. Ja. So viel. So viele verschiedene. Barren. Und ich. Setz. Setz sie so in der Hoffnung, dass sie gleich sind. So übereinander. Und du musst dann feststellen. Nope. Nope. Das ist der rare 1.2. Nope. Nope. F**king die, bitch. Warum hast du ne Scheiß Shine Potion und ich nicht? In bedingt nichts. Hier ist nichts. Echt? Äh. Ok Aber hier Snatcher Geschickt ausgewichen Geschickt reingesprungen und dann jetzt auch noch in den Spinnenweben und aah Fuck Alter Au Man Eater Läuft bei dem Mann Läuft bei mir, Alter Ich schluck wie so ein Ich werd keinen Einfach schnell durch In der Hoffnung, dass man hier unten irgendwo eine Chest findet Hast du eine? Ja Ja Nein 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 Oh Nein Ja Die kannst du mir direkt geben Kannst du mir die bitte geben? Ja Ja Danke Bitte Achja Hier Oh Danke Ich behalte erstmal in den Haar Ich hab ja zwei Boots Geh du mal links Ich geh rechts Keine gute Idee Keine gute Idee Keine gute Idee Keine gute Idee Lass mich da durch Lass mich da durch Nein Nein Oh Fuck Oh Fuck Mega viele Viecher Aber da unten ist eine Kiste Soll ich kommen? Das Feeling Ja komm Da wird immer richtig Loot geil ne? Warte bei mir gehts auch kurz weiter Ich guck kurz Ist hier irgendwas Weiß Ich mach das schon Ja Ne Passt schon Passt schon Es ist nämlich dass du den Loot bekommst Alter Ich schieß da jetzt einfach So ein bisschen mit meinem Boomerang runter Weißt du wie es läuft Boomer Fick dich ey WTF Ich komm nicht an die Kiste dran Ich kann die nicht öffnen War nur Spaß Ist doch Scheiße drinnen Oh Ey Ey auf Tutultu Ja ich weiß Hab ich auch schon neben dem Wetter Kannst ja mitnehmen Achso Was war da noch dran? Weiß ich nicht Ich such grad meine Flares im Invertar Ich brauchte gerade neue Monizier Mutition Mein bester Mutition Alter Wie viel Staff auf einmal hier drin ist ne? Ja man Ey Ey Oh Scheiße Was geht noch anders? Oh Nein Scheiße Junge die Dinger sind schlimm Oh Scheiße ich sterbe gerade Oh Gott das mach ich noch ganz knapp mach ich das noch mit Ich mach jetzt direkt 17 einbauen und essen Scheiße 3 Gold für uns okay Guck mal hier in dieser Wab Ah Oh boah ich dachte ich dachte in dieser Wabending wär Das wär Lara Hane Leib Generation ist Wie ist die Geist Und Auf Scheiße Mh Mh Na gut okay Aber wir haben wieder viel shit gefunden Ah 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 Mein Schwanz ist zu kurz Oh lass mal Eye of the Chilte machen ne? Das und das brauch ich nicht Und das nicht Und das nicht Und das nicht Und das nicht Warte ich muss gleich Äh shit los werden Ja Und jetzt kommen sie ja alle in die Grube Ja 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 was machst du denn jetzt noch so lange lasst doch kurz okay dann warte solche mal auf nun stellen ja das gut ist dann soll ich machen das wird übel die waffen die wir haben wir hätten lieber so eine wood plattform gemacht aber es geht schon schwer ist das ja nicht hast du schnee? ne wieso? aber snowballs wieso sind die effektiv? ne ne aber ich habe einen snowball cannon ne haben wir nicht ok jetzt rastet es aus eigentlich ne wie das jetzt noch voll wichtig für uns ist ich habe das letzte mit meinem hartmode charakter habe ich das auch das brain auf chuchuchuchchen und irgendwie drei sekunden besiegt das war lustig wenigstens kenn ich mich mit demonite ore aus stell mal vor wir hätten jetzt so ne Jetzt geht es bei dir los. So eine Corruption oder so. Okay, warte. Ich muss mir gerade ans Telefon gehen. Ja. Nee, warte. Das Lighting belegt. Ja, wie immer. Das ist meine Mutter. Alter, wie viele Sterne. Oh, die Musik ist voll schön. Das ist die Rain-Musik. Jetzt müssten wir nur noch den Dicken besiegen. Welchen? Den Eater-Worlds. Ja. Ach, du hast alles aufgesammelt? Ich glaube schon. Ja, sollen wir es nochmal besiegen? Ich weiß noch nicht. Können wir hier bei Goldfisch. Du kannst hier doch schon Light-Spain machen, oder nicht? Ja, kann ich mir. Oder eine Nightmare-Pick-Axe. Mach eine Nightmare-Pick-Axe. Ja, die geht halt nur, wenn man diese komischen Dinger hat. Weißt du, wie ich meine. Achso. Shadow Orbs oder so. Shadow Scales. Und die kriegt man nur von Eater-Worlds. Und deshalb müssten wir den killen. Aber ich würde sagen, das ist eh genug für die heutige Session. Ja. Doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja. Abschließend. Das war dann wohl das erste Gesuchte von Minecraft 1.2. Äh, äh, was glaube ich mit Minecraft, ey. Terraria 1.2. Ja. Meine, meine Studentenvorderung ist auch leer, also das Zeichen jetzt aufzuhören. Ja. Ist das voll. Sinnlich. Ja, was ist denn die scheiß Haartaste? Wieso klappt denn das jetzt nicht? Und ich wollte auch nur einen Goldfisch essen. So. Ja. Hauptsache, der droppt erst mal 7 Wunner-Arrows. Oh, der Regen gefällt mir. Ich kann mal hier, ich kann mit einer Zombie-Hand-Attack klären. Alter, das ist ein Schwert. Was? Zombie-Arm. Guck mal hier, das ist richtig siev, Alter. Das move gesehen. Guck mal, der hat einen Regen halt. Schade. Goldfisch. Daniel? Ja. Willst du mal einen Zombie-Arm? Ich gebe dir mal einen Zombie-Arm. Alter. Das ist richtig siev, ne? Oh, geil. Tonania. Und noch viel weiter, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschööö.